Ich wollte euch mal zeigen, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Campingplatz Münsterland. Das ist die hintere Kamera von der Kamera AutoVox. Jetzt scheint hier gerade leider die Sonne so drauf, aber ihr seht, man kann das wirklich super erkennen, was hinter einem passiert. Da kommt jetzt gerade ein Auto. Man kann praktisch rechts neben sich gucken, links neben sich gucken und auch auf der Spur, wo man sich gerade befindet. Also es ist wirklich genial und das Bild ist wirklich deutlich und super. Die Kamera, die wird geliefert mit einer Halterung. Ich zeige sie euch mal da so seitlich. Und dann verlegt man einfach nur ein Kabel. Wir haben das jetzt einfach hier so über unser Armaturenbrett gesetzt. Hier hat der Tiguan so seitlich eine Tasche. Da haben wir das ganze Kabel gedöhnt und dann reingelegt. Und letztendlich ist es dann da am Zigarettenanzünder eingesteckt, um dann halt Strom zu bekommen. Also ganz easy und wirklich das Bild ist super, super scharf. Anders kann ich das gar nicht sagen. Das ist jetzt hier die Rückfahrkamera von hinten. Und ich weiß nicht, ob man es sieht, da unten ist die Nummernschildbeleuchtung. Und da haben wir das Kabel reingeführt und dann einfach mit dem Kabel von der Nummernschildbeleuchtung verlötet. Dann wieder angeschlossen und das war es dann. Und ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Und das Ganze wird per Funk übertragen und wir sind wirklich mehr als glücklich damit, weil man einfach sieht, was hinter dem Wohnwagen passiert.